Wir hören den Schloss Leuthenburg und die Musik kommt. Im Showteil, welcher unter dem Motto hereinspaziert steht, hören wir mein Heimatland und es wird zu den Walzerklängen hereinspaziert von Karl Michael Zierer getanzt. Der Musikverein wird teuer mit insgesamt 41 Musikerinnen und Musikern an, wobei gleich viele Musikanten in den Reihen zu finden sind. Für sie ist das die erste Marschwertung. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Nachdem das Jahr 2016 abgeschlossen war, war auch ein großer Bocken Arbeit erledigt. Marschwertung und Konzertwertung wurden grenzgenial gefeiert. Und es waren beide Veranstaltungen ein Riesenerfolg. Der Musikverein möchte hier nochmal Danke sagen an die Musikerwelle mitzulissen, für die gute Zusammenarbeit und an alle Musikerinnen und Musiker für die Mithilfe bei der Organisation des tollen Festes. Riesenerfolg. Riesenerfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Verlierung. Herzlich willkommen im Musikbereich Rheinbach im Möhepreis. Vielen Dank. 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 ...